Alles Antifa da hinten, alles schwarzer Block, komplett ganzer Marktplatz. Meinst du da hinten auch? Ja, ja. Ähm, ernst? Ja, aber hallo, alles. Also, also schöne Grüße, wenn das einer liest. Sie brauchen jetzt wirklich Verstärkung, denn die werden Sie so nicht wegkriegen. Und wir sind hier echt in der Scheiß-Situation.